Hallo! Heute sind wir in ein Zoo und füttern Tiere. Ja, und wir sind in Deutschland. Darum gibt es hier Tiere. Hier gibt es ein großes Tier. Und hier sehen wir mal, wie Lofi die füttert. Es tut überhaupt nicht weh. Es kitzelt eigentlich. Es kitzelt eigentlich. Ich weiß es, weil ich habe es jetzt probiert. Mal. Guck. Es kitzelt dann die Hand. Weil man braucht nicht Angst zu haben. Weil er macht es mit den Lippen. Das war ein Hund. Das hat sich an mir im Wunsch. Es kitzelt eigentlich. Und hier ist das Futter, was wir geben ist. Es sieht genau wie ein Stein aus. Aber nur lang. Willst du mal füttern? Ähm, ich komme jetzt. Ja, komm. Okay. Jetzt hat er genug. Echt? Okay. Okay. Nö? Okay. Ich habe ein bisschen an den Zahn erwischt. Aber das macht nicht so gar nichts. Ich meinte, was die nicht essen soll das am Boden. Tschüss. Tschüss.